So, sehr geehrte Damen und Herren, wo geht man hin, wenn man nicht zu Hause rasieren will, wenn man nicht sein Bad sauber machen möchte, sein Bad im Zimmer? Natürlich zu einer öffentlichen WC-Anlage, WC. Da geht man hin, wenn man nicht in eigenem Bude, Bade, hier, das hier sauber machen möchte. Dann kann ich empfehlen, hier das, das nur von mir, die Haare. Also, ich kann nur empfehlen, wenn man keine Bude sauber machen möchte, hier in dem Badezimmer, dann woanders rasieren. Hier, bei der Deutsche Bahn, überall, wo öffentliche WC-Dinger sind, da kann man schön nicht rasieren, sondern Bar ab, alles ab hier rasieren. Wunderbar, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, wenn man nicht Badezimmer so machen möchte, dann kann ich empfehlen, woanders zu rasieren. Und das Gute ist, das machen andere wieder weg. Den Schrott, was man da lässt, machen andere wieder weg. Das kann ich nur sagen, empfehlen. Sehr geehrte Damen und Herren, schau mir. Ich habe mich nicht nur auf, ich bin 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 nicht nur auf.